Es ist besser, 5 Minuten über Geld nachzudenken, als eine Stunde dafür zu arbeiten. Dieses wirklich coole Zitat stammt nicht von mir, sondern von niemandem Geringerem als John D. Rockefeller, dem reichsten Mensch in seiner Zeit. Lass uns also jetzt genau das tun, einmal 5 Minuten über Geld nachdenken. Was wäre, wenn du heute feststellst, dass du ab morgen auf 60% deines Nettogehaltes verzichten müsstest? Wahrscheinlich wird dir gerade Angst und Bange und du stellst dir die Frage, oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Aber genau das wird passieren, wenn du irgendwann in Rente gehst. Das gesetzliche Rentenniveau liegt bei plus minus 40% heute schon. Und das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es so etwas gibt wie Demografie, also die Altersstruktur der Menschen in einer Gesellschaft. Und die demografische Entwicklung in Deutschland weiß heute schon, ja, also es ist unvermeidlich, es ist klar, es ist eine Tatsache, dass von heute einem Rentner auf 2,11 Beitragszahler sich das Verhältnis irgendwann umkehrt oder deutlich verschlechtert im Verhältnis zu einem Rentner zu 1,4 Beitragszahler. Das heißt also, deutlich weniger Beitragszahler müssen die Rente eines Rentners aufwenden über ihre Beiträge. Ich glaube, man muss jetzt kein Prophet sein, um festzustellen, dass das auf Dauer nicht auf diesem Niveau funktionieren kann. Das heißt also, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Rentenbeiträge massiv steigen müssen oder aber, oder vielleicht auch und oder, das Rentenniveau wird deutlich sinken. Die Frage ist natürlich, was solltest du jetzt tun? Nämlich 5 Minuten über Geld nachdenken. Das heißt also, es macht Sinn, sich völlig unabhängig zu machen oder zumindest weit unabhängiger als jetzt von diesem Rentensystem, auf das man sich eben langfristig wenigstens nur in Teilen verlassen kann. Vielleicht noch einen Satz dazu. Vielleicht kennst du noch den ehemaligen Minister Blüm, der gesagt hat, die Rente ist sicher. Die Aussage wird wahrscheinlich auch richtig sein. Die Rente ist sicher. Er hat aber nie versprochen, auf welchem Niveau. Und dass es da Kürzungen gibt, das haben wir die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt. Also von daher nochmal mein Appell, mein Wunsch, mein Ziel an dich. Mach dir Gedanken über Geld und mach dich so gut du kannst, unabhängig vom System der gesetzlichen Rentenversicherung, auf das du dich langfristig zumindest mal auf dem heutigen Niveau nicht mehr verlassen können wirst. Als kleine Einleitung in das Thema vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis zum Marshmallow-Test. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Ja, aber bestimmt hast du im Fernsehen schon mal eine Werbung gesehen von Kinderüberraschungen, vom Überraschungsei. Da sitzt ein kleines Kind in einem Raum, sonst keine Spielzeuge. Dieses eine Überraschungsei liegt auf dem Tisch und die Aufgabe ist, dieses Überraschungsei mal für 10 Minuten nicht anzurühren. Und wenn das gelingt, dann kommt die betreuende Person wieder rein und sagt, okay, herzlichen Glückwunsch, du hast den Test bestanden. Du bekommst zwei Überraschungsei und darfst die jetzt auch sofort essen. Das Grundprinzip dahinter ist der Marshmallow-Test. Das heißt, man hat getestet, wie funktioniert es mit Kindern, dass sie verzichten, um später mehr zu haben. Prinzip des Sparens sozusagen. Die überraschende Erkenntnis ist, dass alle Kinder, die diesen Test bestanden haben, also die weit überwiegende Mehrheit wenigstens, später im finanziellen und beruflichen Leben wesentlich erfolgreicher waren, als die vergleichende Anzahl der Kinder, die damals diesen Test nicht bestanden haben. Das heißt also, je mehr ich in der Lage bin, heute etwas zu verzichten, desto mehr werde ich halt eben langfristig auch profitieren und desto erfolgreicher werde ich auch langfristig sein. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass es eine klare Handlungsempfehlung gibt, wenn es um das Thema Geld geht, nämlich um das Thema Budgetieren deines Einkommens. Ich habe das früher gehasst. Ich fand das todlangweilig und ich fand das schrecklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie es ist. Aber mit vielen Seminaren und auch vielen Hinweisen zu dem Thema kam ich zu der Erkenntnis, okay, verdammt, vielleicht ist das einfach nur unumgänglich, das so zu machen. Es ging zum Beispiel um das Thema einer Sparquote. Ich sage dir, eine Sparquote von mindestens 10% ist ein Muss. Wenn du nicht in der Lage bist, dass du 10% deines Einkommens wegsparst, dann lebst du heute schon über deine Verhältnisse. Ich will dir vielleicht mal zwei, drei Hinweise geben. Mal angenommen, du wirst länger arbeitslos. Oder überhaupt arbeitslos. Dann führt das dazu, dass du von jetzt auf gleich mit dem Moment, wo die Arbeitslosigkeit greift, auf ungefähr ein Drittel deines Nettogehaltes verzichten werden musst. Was passiert, wenn du länger als sechs Wochen krank bist? Dann bekommst du Krankengeld. Das Krankengeld beträgt zwar erst mal 90%. Das heißt, die 10% wären erst mal schon mal weg. Die schlechte Nachricht ist aber, von diesen 90% werden dann noch Beiträge für die Arbeitslosenversicherung, für die Rentenversicherung abgezogen, so dass du insgesamt auch hier bei einem Verlust von rund einem Drittel deines bisherigen zu verfügenden Nettoeinkommens warst. Das heißt also, wenn du heute schon zu viel von deinem Geld, was du verdienst, brauchst, wirst du in dieser Situation und dann speziell noch ohne Rücklagen massiv in Schwierigkeiten kommen. Deshalb ist der klare Appell oder der klare Tipp, schaff dir definitiv ein Kontenmodell an. Was meine ich damit? Kontenmodell heißt, dass du für bestimmte Bereiche deines Lebens ein eigenes Bankkonto hast. Die Idee ist nicht neu und die stammt auch nicht von mir. Bodo Schäfer und auch viele andere haben da schon Videos zugemacht. Aber dieses System ist einfach elementar. Und eins ist ganz klar, System schlägt Talent und zwar immer. Du kannst der begnadetste, talentierteste Fußballer sein. Wenn du nicht in einem System dich vernünftig ernährst, vernünftig trainierst oder all deine Übungen machst, dann wirst du nicht der erfolgreichste Fußballer der Welt. Nicht ohne Grund ist Ronaldo heute immer noch derjenige, der als erstes auf den Trainingsplatz kommt und einer der letzten, die gehen. Daher schaff dir dieses System an, denn nochmal, System schlägt Talent. Wie könnte so ein Kontenmodell jetzt konkret aussehen? Das wichtigste Konto, was du haben solltest, ist das Konto Nummer 1, nämlich sparen. Das heißt, du sparst zuerst. Das ist das Konto Nummer 1, das Wichtigste in deinem Leben, um dich eben unabhängig von diesem Rentensystem, was wir gerade angesprochen hatten, zu machen. Und danach passt du dann dein Leben dem dann noch freien Kapital an und nicht umgekehrt. Viele Menschen sparen, indem sie das, was am Monatsende noch übrig ist, beiseite legen. Aber die Frage ist doch, was soll denn dann noch übrig sein? Und welchen Charme hat es denn überhaupt, was übrig zu lassen? Weil ich meine, wir sind ja alle irgendwie schon froh, wenn wir uns irgendwas Schönes leisten können. Und von daher ist das Sparen ja prinzipiell erstmal gegen unseren eigenen ersten Reflex. Und um genau das systematisch zu umgehen, musst du zuallererst sparen. Also das ist dann Konto Nummer 1 und spare eben, wie gesagt, mindestens 10%. Und wenn du jetzt nochmal sagst, naja, ich brauche aber heute 100% meines Einkommens, ich kann gar keine 10% sparen, dann nochmal die Frage in dem Zusammenhang, wie leicht wird es dir dann fallen, wenn du in Rente gehst und dann auf einmal auf 60% deines Einkommens verzichten musst. Also besteh unbedingt diesen Marshmallow-Test, weil du wirst das Geld brauchen. Viele überschätzen zum Beispiel auch die Summen. Die sagen, ja, ich habe doch hier schon eine Versicherung, da kriege ich am Ende 50.000 Euro oder vielleicht auch 100.000 Euro. Aber ich will dir jetzt mal sagen, was eigentlich 100.000 Euro wert sind. Wir sind uns darüber einig, 100.000 Euro ist viel Geld und 100.000 Euro haben, ist definitiv immer besser, als sie nicht zu haben. Völlig unbestritten. Aber wenn du jetzt beispielsweise 100.000 Euro hast heute, du bist heute 67 und willst dieses Geld für die nächsten 18 Jahre verwenden und am Ende darf es auch Null sein. Also sprich, du willst das gesamte Geld ausgeben, hast 18 Jahre Zeit, wir preisen ein 2% Inflationsausgleich, das heißt, die Summe, die du dir auszahlt, soll Jahr für Jahr um 2% steigen, um diesen Wertverlust eben dann zu kompensieren. Und wir gehen auch davon aus, dass du 3% Zinsen bekommst auf dein Kapital. Dann bedeutet das, dass du dir monatlich etwas mehr als 500 Euro ausschütten kannst. 500 Euro ist natürlich auch viel Geld, aber 500 Euro sind eben keine 100.000. Also der Wert, den wir den 100.000 beimessen, ist ja gefühlt viel höher als 500 Euro im Monat. Ich wiederhole mich zwar ungern, aber ich muss es nochmal sagen, wenn du nicht in der Lage bist, diese 10% zu sparen, um dir dann dieses Vermögen aufzubauen, dann lebst du heute über deine Verhältnisse. Und vielleicht nochmal kurz zum Thema Sparen. Für viele ist der Begriff unsexy und ehrlich gesagt für mich auch ein bisschen. Aber versuch das in deinem Kopf zu ändern. Im Grunde ist nämlich Sparen die Bezahlung an dich selbst. Wenn du die Miete bezahlst, bezahlst du deinen Vermieter. Wenn du zum Bäcker gehst und deine Brötchen kaufst, bezahlst du den Bäcker. Wenn du Strom kaufst, bezahlst du den Stromanbieter und so weiter. Wenn du sparst, bezahlst du in allererster Linie dich selbst. Du machst deine Einzahlung auf dein eigenes Konto. Du bezahlst dich. Du zahlst einen auf dein Selbstbewusstsein und natürlich auch auf dein selbstbestimmtes Leben. Und zwar nicht nur im Rentenalter, sondern ja schon heute. Du hast einen mentalen Prozess, den du da durchgehst. Und du hast ein Konto, wo immer mehr Geld liegt. Und stell dir das einfach vor. Fühl es in dich rein und stell dir einfach vor, die Summe, die du heute auf deinem Konto hast, vorausgesetzt die Summe ist positiv, multipliziere sie einfach mal mit Faktor 10. Glaubst du, das bringt ein bisschen mehr Leichtigkeit in dein Leben, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Stolz und vor allen Dingen auch Ruhe und Gelassenheit für Dinge, die vielleicht alle noch so kommen können? Ich meine, wir leben jetzt wirklich in turbulenten Zeiten. Also es passieren Dinge, die wir vor ein paar Jahren noch für völlig unmöglich gehalten hätten. Wie gut ist es dann, dieses Ruhekissen auch heute schon zu haben? Ich kann dir nur sagen, das wirkt wahre Wunder. Das ist wirklich extrem gut. Also schaff dir das Konto 1 an, sparen. Pack monatlich einen Betrag weg, schaff dir ein System an, mach es per Dauerauftrag und dann ist dieses Geld weg. Und es nimmt nicht mehr teil an Konto 2, nämlich deinem normalen Lebenskonto. Das normale Lebenskonto sind die Ausgaben des täglichen Bedarfs, Versicherung, Gebühren, Steuern, Strom, Gas, all diese ganzen Sachen. Aber überleg dir hier auch gut, wo du sparen kannst, ohne dich wirklich einzuschränken. Wenn du ein Konto hast mit hohen Kontoführungsgebühren, macht es natürlich immer Sinn zu überprüfen, ob das auch besser geht. Was aber viele auch massiv unterschätzen, ist das Thema Steuern. Viele Arbeitnehmer machen gar keine Steuererklärung, verschenken damit nachgewiesen am meisten Milliarden von Steuerausgaben. Das heißt also, überprüfe dich selbst, machst du deine Steuererklärung, hast du die Listen vollständig, sammelst du die Belege ordentlich, jeder Beleg ist bares Geld wert, Handwerkerrechnungen und Co., also da gibt es ja tausend Möglichkeiten und es gibt auch günstige Software, die dir dabei hilft, diese Steuererklärung zu machen. Mach sie auf jeden Fall, wenn es für dich Sinn macht. Strom-Gasanbieterwechseln gehört, glaube ich, so zu diesen Standard-Hausaufgaben. Strom kommt aus der Steckdose, es ist grundsätzlich erstmal egal, welche Anbieter dahintersteht. Wenn du auf ökologischen Strom achten willst, dann ist das natürlich eine gute Sache, aber auch die gibt es von verschiedenen Anbietern. Dementsprechend schau dir da an, was sich vergleichen lässt und wo man vielleicht auch Geld sparen kann. Mein Thema ist natürlich das Thema Versicherung. Versicherung ist eines der Themen, die auch total unterschätzt werden. Viele Menschen zahlen für unnötige, für unzureichende oder auch für falsche Versicherungen. Dementsprechend ist meine Einladung an dich, verschaff dir erstmal den Überblick, besorg dir unsere App, da kannst du all deine Versicherungen reinbuchen. Dann hast du auf einer Seite im Überblick, welche Versicherungen du überhaupt hast und überleg dann, passen die alle zu mir, zu meinem Leben, muss ich hier irgendwas anpassen und im Zweifel holst du dir auch Hilfe von uns, wenn du möchtest, dass wir da einmal drüber schauen. Versicherung also auch eine sehr, sehr große Kostenposition, nach dem Thema Steuern sicherlich die größte. Ja, das deutschen liebste Kind ist das Auto. Ja, aber es gibt eine These, die sagt, wenn du mehr als ein Monatsgehalt für dein, mehr als, Entschuldigung, zwei Bruttomonatsgehälter für dein Auto ausgegeben hast, dann war das zu teuer. Wenn diese These alle umsetzen würden, dann wäre die deutsche Automobilindustrie sicherlich nicht da, wo sie heute steht, zugegebenermaßen. Aber auch hier, ja, ist das wirklich notwendig, dieses Auto A zu fahren oder tut es auch das Auto B? Macht es vielleicht doch mal Sinn, eine kaufmännische Rechnung zu machen, was jetzt zum Beispiel Verbrauchswerte, Versicherungswerte und so weiter angeht? Auch hier gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wirklich interessant zu beachten sind. Was zum Beispiel auch immer wieder passiert ist, wenn Ehepartner zum Beispiel zwei Autos fahren, unterschiedliche Schadensfreiheitsklassen haben, dann macht es natürlich auch Sinn, taktisch zu überlegen, okay, welches Auto nimmt jetzt welche Schadensfreiheitsklasse? Auch da kann man wirklich viel, viel Geld sparen. Also gibt es tausend Möglichkeiten, aber wie gesagt, Konto zwei ist die normale Lebensführung. Geld zu sparen, ohne auf Lebensqualität zu verzichten, ist hier natürlich immer die Devise. Aber eben, wie gesagt, nicht kastein oder nicht geizig werden, das ist auf jeden Fall nicht das, worum es hier geht. Ja, das Konto drei ist ein sehr, sehr wichtiges, auch in doppelter Hinsicht, das Konto Spenden. Ja, es ist wichtig natürlich für die Gesellschaft, wenn du einer Organisation Geld spendest oder einzelnen Menschen Geld spendest, dann hilfst du denen weiter, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen, und das ist total unterschätzt, du hilfst auch dir selbst. Ja, in dem Moment, wo du in der Lage bist, Geld zu spenden, sagst du dir bewusst und auch deinem Unterbewusstsein, ich habe genug Geld, ich habe mehr Geld, als ich brauche. Ich bin in der Lage, Geld abzugeben und trotzdem komme ich gut klar in meinem Leben und kann immer noch was sparen. Das ist extrem gut für das Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, es hilft natürlich anderen Menschen. Du kannst zum Beispiel ein höheres Trinkgeld geben als sonst. Du kannst Menschen einfach auf der Straße Geld geben, wenn das für dich richtig ist. Oder halt eben die Einrichtung deiner Wahl finanziell unterstützen. Also da gibt es tausend Möglichkeiten und wichtig ist aber eben, dass du es nicht nur verstehst im Sinne von, ich gebe Geld ab, sondern ich investiere in mein eigenes Geldbewusstsein. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Konto 4 wäre zum Beispiel sowas wie Urlaub oder besondere Ausgaben, auf die du ein Stück weit ansparst, die aber nicht allzu weit weg sind. Ja, also keine langfristige Betrachtung, sondern halt eben Urlaub. Ja, und Konto 5, das wäre auch ganz wichtig, dass du dir einen festen Teil nimmst für Spaß, Luxus. Ja, also für Geld, was du einfach verprassen kannst. Ja, wo du, keine Ahnung, von Konzerte besuchst oder dir besondere Kleidung kaufst oder, keine Ahnung, dir eine schicke Uhr kaufst, was auch immer dir wichtig ist, was du darunter verstehst, kannst du damit machen. Dieses Geld ist nur dafür da, dass es wirklich rausgehauen wird. Also es geht nicht darum zu gucken, war das jetzt irgendwie wirtschaftlich interessant oder hätte ich da jetzt vielleicht irgendwo Geld sparen können. Mach einfach das, wonach dir ist und knall dieses Geld wirklich auf den Kopf. Das wären beispielsweise fünf Konten. Ich selbst zum Beispiel habe noch ein paar mehr. Ich habe das relativ kompliziert gemacht, in Anführungsstrichen, also relativ umfangreich, so würde ich es besser sagen. Das führt aber bei mir dazu. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche dieses System und ich freue mich darüber, dass dieses Geld einfach weg ist, weil es dann eben nicht mehr in meinem Fokus steht. Und nochmal, plane das Sparen, denn eben, wie eben schon gesagt, System schlägt Talent. Wenn du dann dein Sparkonto hast, lass das Geld nicht einfach da rumliegen, sondern mach zum Beispiel einen Fondsparplan. Ein ETF ist jetzt, glaube ich, mittlerweile recht weit verbreitet, also ein passiv gemanagter Fonds, wo die Kosten nicht so hoch sind. Das führt dazu, dass du mehr von der Rendite hast. Wäre eine Option, ist ja hier natürlich gar keine Empfehlung in Bezug auf irgendeine Anlageform. Aber worum es mir geht ist, mach es fest, mach einen Sparplan. Mach das monatlich, ratierlich, dass das automatisch passiert, ohne dass du immer aktiv daran denken musst. Um es mit Bodo Schäfer zu sagen, einem der führenden Finanzcoaches überhaupt, du züchtest dir damit deine goldene Gans. Und diese goldene Gans, die wird immer größer und größer und fetter und fetter und ist irgendwann in der Lage, Eier zu legen, nämlich in Form von Zinsen, Renditen, Dividenden und Ähnlichem, die dir dann dabei helfen, auch deine monatlichen Kosten damit zu finanzieren, um dich, wie gesagt, und das ist ja das primäre Ziel, unabhängig zu machen von der staatlichen Altersvorsorge, die Stand heute ja viel zu gering ist und auch keine guten Perspektiven hat. Deshalb ist es elementar, dass du diese goldene Gans natürlich niemals schlachten darfst. Also sprich, das Geld nicht abheben darfst, um dir ein neues Auto zu kaufen oder dir eine neue Küche oder was auch immer davon zu kaufen, sondern das dient nur deiner eigenen Vorsorge, heute und auch später. Also sprich, für dein Geldbewusstsein und eben für die Vermeidung von Altersarmut im übertriebenen Sinne oder aber eben auch von wirtschaftlichen Einschränkungen im Alter. Ja, über das Kontenmodell schaffst du natürlich einen wesentlichen Effekt, nämlich der Effekt aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das Geld ist auf einem separaten Konto. Du siehst, dass es da ist, aber es ist nicht in deinem normalen Lebenskonto, dem Konto, von dem du deine ganz normalen Kosten bezahlst. Und es ist vor allen Dingen auch so, wenn man jetzt mal von Kursschwankungen absieht, jetzt das Sparkonto, ein Konto, was konstant wächst, konstant mehr wird. Und das fühlt sich einfach extrem gut an. Und du bist auch nicht verleitet, weil es auf einem Extrakonto ist, zu sagen, ach, ich bezahle jetzt doch meine Waschmaschine davon, sondern du wirst dann in dem normalen Lebenskonto so organisieren und Dinge für möglich machen, die du heute vielleicht noch gar nicht für möglich hältst, die dazu führen, dass das alles funktioniert. Ja, das läuft. Das macht sich irgendwie passend, wie von Geisterhand manchmal gefühlt, aber es funktioniert. Und das andere Konto oder die anderen Content sind einfach aus den Augen, aus dem Sinn. Ich selbst erstelle zum Beispiel seit einem Jahr jetzt monatlich eine sogenannte Haushaltsbilanz. Was ich vorher immer gemacht habe, ist, ich habe mir die Kontostelle angeguckt und war dann entweder zufrieden oder auch nicht. Was ich aber nicht gemacht habe, ist, das was im Geschäftsleben eigentlich ja normal ist, nämlich eine Art Bilanz. Also wenn du möchtest, mach auch das. Schau dir an, welche Konten habe ich, welche Kontostände habe ich, welche Verbindlichkeiten habe ich, zum Beispiel, wenn du eine Wohnung oder ein Haus finanzierst, dann ist ja jede Rate, die du da zahlst, ein Anteil an Zinsen, aber eben auch ein großer Anteil an Tilgung. Und mit jeder Tilgung und auch zum Beispiel in einer eingepreisten Wertsteigerung von vielleicht 1 oder 2% pro Jahr steigt dir der Wert deiner Immobilie, während dein Darlehen sich immer weiter abtilgt. Das heißt, dein Vermögen ist ja die Differenz aus diesen beiden Zahlen, steigt konstant und zwar Monat für Monat. Und dadurch hast du wieder neue Erfolgserlebnisse. Du siehst, hey, das wächst konstant und ich sage dir aus eigener persönlicher Erfahrung, das fühlt sich einfach richtig gut an, wenn du merkst, ich habe die Kontrolle darüber und es bewegt sich in die richtige Richtung. Also das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Das ist eine einfache Excel-Tabelle, keine große Sache. Das kostet mich zum Beispiel mit einem relativ komplexen Kontensystem und auch Firmen und Co. im Monat vielleicht eine Viertelstunde das einmal sauber durchzupflegen und dann habe ich wieder komplett den Stand, ich weiß, wie sind meine Liquiditäten, wie hat sich mein Vermögen entwickelt. Ich bin dann in der Tat automatisch schon dabei zu überlegen, okay, was könnte ich denn jetzt investieren? Wo könnte ich denn jetzt irgendwas kaufen? Will ich irgendwie Aktien haben oder was auch immer? Also sprich, du kommst einfach anders in diesen Investitionsmodus. Ja, vielleicht dazu Anreger übrigens für diese Bilanz war das Spiel Cashflow von Robert Kiyosaki. Dazu möchte ich dir übrigens auch das Buch von ihm empfehlen, was eigentlich die Einleitung dafür ist. Da gibt es jetzt mehrere Bücher, aber der Einstieg ist Rich Dad, Poor Dad, wo du dir einfach nochmal klar darüber wirst, dass es eben Sinn macht, nicht nur das Geld zu haben und das Geld zu verwalten, sondern eben auch, also auszugeben, sondern eben auch zu investieren und dann auch wirklich über den echten Cashflow, über den langfristigen Vermögensaufbau, dir intensiv Gedanken zu machen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel angestellt bist, staatliche Vorteile nutzen, wäre jetzt hier meine nächste Überschrift. Ja, wenn du zum Beispiel Angestellter bist, dann kannst du da die krassesten Möglichkeiten überhaupt, die fast kein Arbeitgeber sinnvoll einsetzt und die die meisten Arbeitnehmer auch nicht kennen. Und ich bleibe bei meinem Eingangszitat, fünf Minuten nachdenken, macht absolut Sinn, ja, strukturieren, anpassen und das ist halt eben viel, viel besser und viel, viel weniger Aufwand als ein Rentnerleben in Armut. Deshalb würde ich dich auf jeden Fall herzlich einladen, dir unter diesem Video den Link für unsere Landingpage zu besorgen, da drauf zu klicken, wenn du angestellt bist, um dir das auf jeden Fall anzusehen. Also ohne, dass ich jetzt übertreibe und ohne, dass das jetzt so eine große Raketenwissenschaft wäre, sind wir in der Lage, dir eine zusätzliche Rente von, je nach Alter natürlich, aber wenn du jetzt irgendwo noch in den 40ern bist, mal mindestens 50.000, je jünger du bist, desto mehr, wir haben Fälle gehabt von garantiert mehr als 100.000 Euro Altersvorsorge zusätzlich aufzubauen und zwar ohne, dass dein Arbeitgeber einen Cent mehr zahlen muss und auch ohne, dass du als Arbeitnehmer netto auf nur einen Cent verzichten müsstest. Du hast das gleiche verfügbare Kapital, also verfügbare Monatseinkommen und trotzdem geht monatlich ein wirklich signifikanter Betrag in deine Zusatzrente und die kostet dich, wie gesagt, keinen Cent. Nein, deshalb, nimm jetzt bitte das angebotene Anspruch, klicke auf den Link innerhalb dieses Videos, trag dich da ein und lass dir einmal für dich und deine Situation ausrechnen, wie dieses Modell für dich funktioniert. Ich hoffe, all die anderen Tipps in diesem Video waren auch hilfreich für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu mir bitte einen Gefallen und gib dem Video einen Daumen hoch. Das ist wichtig für mein persönliches Selbstbewusstsein. Das freut mich natürlich sehr, wenn es auch dir gefallen hat, weil das ist ja der einzige Zweck, weshalb ich dieses Video mache. Vor allen Dingen aber ist es auch so, dass YouTube das gefällt, wenn du einen Daumen hoch machst. Das heißt, das Video wird auch anderen Menschen gezeigt, die ebenfalls von den Inhalten vielleicht hier und da profitieren können. Wenn du konkret Menschen kennst, die auch von diesen Grundideen wissen sollten, dann teile das Video gerne an diese Stelle. Und was mich natürlich ganz besonders interessieren würde, ist, wie denkst du über dieses Thema? Hast du auch das Thema oder hast du vielleicht schon deinen Vermögensaufbau sauber strukturiert? War vielleicht der eine oder andere Tipp dabei, der gut für dich war? Oder hast du vielleicht für all die Menschen, die dieses Video sehen, unter dem Video auch gerne noch weitere Tipps, wie man auch hier noch das ganze System weiter verfeinern, weiter verbessern kann? Das war natürlich nur ein grober Überblick, aber gerade die Kommentare unterhalb dieses Videos können natürlich massiv dazu führen, dass wir das ganze System hier nochmal weiter vorantreiben und viele, viele Menschen coole Tipps bekommen. All das wäre super, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich wünsche dir alles Gute. Herzliche Grüße und bis bald. Dein Ralf Filims.